Hey, was passiert denn jetzt? Die letzte Umwandlung! Wieso denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin jetzt für immer normal. Nein! Ich will nicht normal sein. Ich will wieder bekloppt sein. Ich bin es, Thaddeus. Ist Spongebob hier? Hallo. Wie geht's dir? Spongebob, du hast eine quadratisch gute Form wieder!